Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Makeover von meinem Simself und ja, weil es wurde einfach mal nötig, weil ich meine, ihr habt ja am Anfang gesehen, ich hatte noch pinke Haare und ich habe keine pinken Haare mehr, falls ihr meine anderen Videos seht, wisst ihr das. Deswegen dachte ich mir so ja und außerdem kam halt die Idee auf, ich habe jetzt nämlich einen neuen, beziehungsweise mein alter Twitter-Account, aber ich wusste jetzt nicht, was ich aus dem machen soll. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich da halt allen möglichen Sim-Stuff poste und ja, was passt da besser als ein Profilbild, wo man halt das Simself sieht und ja, da das halt nicht aktuell war und ich keine aktuellen Bilder von mir damit hatte, also von meinem Simself halt, dachte ich so, okay, man könnte das ja auch als ein Video verpacken, denn ja, man sieht dann ja ganz gut, wie ich mich so ein bisschen verändert habe. Ich habe halt darauf geachtet, dass ich halt irgendwie nur so Sachen habe, die ich halt auch wirklich quasi zumindest in einer ähnlichen Art besitze, weil irgendwie fand ich es cool, dass es halt wirklich sehr realistisch ist, weil davor hatte ich viele Sachen, die würde ich gerne tragen halt quasi, aber die besitze ich halt gar nicht oder werde sie wahrscheinlich auch nie besitzen, weil mir halt solche Sachen in echt vielleicht gar nicht passen oder so. Und das ist halt so eine Sache, das haben wir jetzt halt hier geändert. Hier ist halt wirklich nur darauf geachtet worden, yay. Das ist wirklich das, was ich halt auch wirklich irgendwie in der Form da habe. Ja. Weil, keine Ahnung, ich fand einfach, dass es halt noch ein bisschen realistischer ist und es ist halt einfach so, keine Ahnung. Das gefällt mir einfach mehr. Jo. Das habe ich halt deswegen extra richtig lange bei der Hose irgendwie gebraucht, weil ich einfach nichts hatte, wo ich dachte, hm, ja, das ist halt das, was ich halt wirklich trage, so. Weil ganz viel ist dann so, ja, das ist süß und das würde ich auch in echt tragen, wenn es ja passen würde. Was nicht der Fall ist, so. Ja. Und, ähm, ich habe halt noch ein bisschen was an meinen Strukturen ja da geändert, wie ihr gesehen habt. Ähm, zum Beispiel habe ich meine Nase ein bisschen breiter gemacht. Die ist jetzt nicht krass breit so, aber damals hatte ich ja noch die alten, äh, Piercings von Praline Sims. Und, ähm, naja, die alten Piercings von Praline Sims, die gingen ja nur bei einer bestimmten Nasengröße und so weiter. Und die neuen, die gehen ja mit dem Slider mit. Deswegen, ja, konnte ich die da halt ein bisschen, weil ich habe nicht so eine kratschmale Nase, so. Das ist definitiv nicht der Fall. Deswegen dachte ich so, okay, ähm, wir machen das jetzt so. Und ich habe meine Oberschenkel breiter gemacht als meine Hüfte, weil, naja, es ist halt so. Meine Oberschenkel sind breiter als meine Hüfte. Deswegen, yes. Also, wenn, man sieht das halt bei Ganzkörperbildern ganz gut. Vor allem, wenn ich halt entweder Skinny-Sachen anhabe oder halt kurze Sachen oder so, dann sieht man das sehr, sehr gut, dass die Oberschenkel doch noch breiter sind als meine Hüfte. Deswegen wollte ich das halt noch ein bisschen realistischer so gestalten. Weil davor war es immer so, bei meinen Sims, die mich selbst darstellen, dass es das halt nicht so, dass ich halt dann doch irgendwie eine breitere Hüfte hatte. Und das ist eigentlich nicht, das entspricht nicht der Wahrheit. Ähm, klar wäre es cool so, weil, naja, ich brauche halt eigentlich gar nicht so die Größe im echten Leben, die ich jetzt gerade brauche an Kleider, also so an Hosengrößen. Ähm, jedoch, äh, brauche ich sie halt quasi doch dadurch, dass ich halt meine, meine, meine Oberschenkel allzu breit sind. Ich meine, ich akzeptiere es halt. Ich finde es auch jetzt nicht hässlich oder so. Es ist halt nur sehr anstrengend bei der Hosenwahl. Und, ähm, ja, weil mir halt eigentlich quasi fast gar keine Hosen passen. Vor allem, weil ich ja sehr klein bin und dementsprechend kurze Beine habe und ich brauche halt kurz Längen. Und, naja, ne, ne, das ist nicht so gut. Irgendwann in irgendeinem Sims wird es bestimmt das geben, dass es vom Spiel, vom Spiel ausgeht, äh, dass man halt die Größe ändern kann. Weil, naja, ich bin halt nicht so groß, wie es da ist und das sollte eigentlich jeder wissen, so. Deswegen, keine Ahnung. Das ist halt so, hm, I don't know. Also ich meine jetzt gerade meinen sehr von wegen, weil jetzt, jetzt wäre es halt dumm, das jetzt noch reinzubringen, so. Weil man müsste halt jetzt jede Animation neu halt, äh, machen und so. Für jede Größe und jeden Dings und so. Und da habt ihr kurz gesehen, was ich in Musik gehört habe. Und, ähm, ja, es ist halt so, hm, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin schon wieder abgeschliffen. Äh, abgeschliffen auch noch. Oh Gott, ich bin kaputt, Leute. Ja, why? Jedenfalls, ich wollte irgendwas sagen mit, äh, Hosen, ne? Ich war ja irgendwie bei dem Thema und, äh, ja, also ich brauche halt auf jeden Fall Kurzlängen, weil sonst sind die mir zu lang und das ist halt ein bisschen doofy. Und dann brauche ich halt so eine große Größe und, äh, es gibt viele schöne Hosen, aber mir passen die leider immer nicht und das ist ein bisschen sad. Hier in dem Punkt, ähm, habe ich ganz lange geredzelt, weil ich habe zwar so ein Oberteil, aber ich würde normalerweise eine Jacke drüber ziehen, so. Und, äh, naja, zufälligerweise irgendwie die Jacken, die ich da halt gerade im Spiel habe, sind nicht das, was ich dazu tragen würde. Das ist das Problem, so. Deswegen dachte ich mir so, hm, was mache ich jetzt? So, letztendlich habe ich mich dann ja doch für diese Jacke hier entschieden, glaube ich. Und war dann halt auch so, okay, hm, passiert, ne? Aber, ja, ich war dann doch ein bisschen sad, so, weil irgendwie habe ich nicht die Jacken im Spiel, die ich dafür gebraucht hätte und deswegen dachte ich so, okay, passt schon, so, ne? Aber ich würde einen langen Augenblick Jacke anziehen, also ziemlich obviously, so. Also, wenn ihr irgendwie schon mal mich, wenn ihr mich näher kennt oder so, dann wisst ihr, dass ich dann eine lange Jacke drüber ziehen würde. Ähm, deswegen, ja, ich hätte halt doof gelaufen dabei, ne? Aber, I guess. Ich akzeptiere das hier. Das T-Shirt habe ich jetzt in dem Sinne auch nicht, aber ist halt ein Crop Top und ich fand das Design einfach süß. Und ich meine Crop Tops, nice, nice Sache, so. Saying, ja. Ähm, ja. Und hier habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich dann halt einfach, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, hier mir eine Mama Jacke einfach gegeben, weil ich trage halt Mama Jacken. Ha! Und deswegen, ja. Also, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht genau, ob ich mir das wirklich gegeben habe, weil, ich glaube, ich war ein bisschen sehr verwirrt. Aber doch, 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 die habe ich mir, glaube ich, dann gegeben und habe mir dann was drunter gezogen, weil das ist sonst ein bisschen nackig. Ha! Naja. Ähm, ihr könnt mir ja erzählen, ob ihr auch Probleme habt mit irgendeinem Kleidungsstück oder so. Na, das wäre sehr interessant. Ha! Aber ich meine, ich habe euch jetzt auch mitgeteilt, was ich für Probleme mit, 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 äh, mit Kleidung habe. Ich bin übrigens ein Vampir in Sims. Ha! Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Deswegen, da habe ich halt so eine Art dunklere Seite, wo ich halt Sachen trage. Ich habe meinem Sim halt Sachen gegeben, die, ähm, die ich halt gerne tragen würde, was ich halt aber nicht tue, weil sie mir zum Beispiel entweder nicht passen oder weil ich sie einfach nicht besitze oder so. Deswegen, ähm, dachte ich so, ja, man könnte halt dafür nutzen, so. Und das habe ich halt da auch schon teilweise gemacht. Da habe ich es einfach nur auf eine dunkle Form gemacht. Weiß ich nicht. Ist halt eigentlich nicht, dass sowas so meins ist. Deswegen dachte ich mir so, okay, jetzt könnte man das darauf auf jeden Fall so machen. Ha! Ich finde halt, meine dunkle Form finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, irgendwie hat es was sehr, sehr cooles. Ich weiß es nicht, aber irgendwie strahlt es trotzdem so ein bisschen so meinen Vibe aus. Deswegen, ähm, keine Ahnung. Also auf jeden Fall mein Sims-Vibe, aber das ist halt klar so, weil ich meine, ich erstelle immer meine Sims selber so. Wenn es dann nicht nach meinem Sims-Vibe aussehen würde, dann wäre das schon ein bisschen sad. Aber, äh, ja. Also ich denke halt, also wenn man halt jetzt nur die schwarze Form sehen würde, würde man jetzt nicht denken, dass ich das bin wahrscheinlich. Aber in meinem Herzen weiß ich es, dass ich von innen gerne mal so aussehen würde. Vielleicht mache ich mir irgendwann schwarze Haare und dann kann ich dem vielleicht nachkommen. Aber das sehen wir dann halt irgendwann mal, ne? Ich liebe auch die Frisur, die ist so süß. Ihr könnt mir auf jeden Fall sagen, was ihr von meiner dunklen Form halt. Das würde mich auch super krass interessieren, so. Weil cool wäre es auf jeden Fall, wenn es sowas halt so in echt gehen würde. Ich würde wahrscheinlich ständig nur so rumlaufen, weil ich mir so denke, wir brauchen schon Farben. Obwohl ich Farben halt nicht geil finde. Aber, you know, manchmal, manchmal, da muss es halt auch mal einfach ein All-Black-Outfit sein. Und es sieht trotzdem mega geil aus. Deswegen, ja, da sind wir jetzt auch schon fast am Ende angelangt. Also ich ergebe meinem Sim nochmal neue Traits, weil ich ein bisschen unzufrieden war. Ähm, das seht ihr halt dann gleich. Und ich bin auch da so, hm, also manches passt halt schon mal einen gewissen Sommer, aber nicht alles. Und deswegen, ja, habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass das jetzt so gelaufen ist. Und hier seht ihr noch einmal den Sim in Großaufnahme. Und, äh, wie halt dann auch das Profilbild auf meinem neuen Twitter-Account ist. Der ist hier auch nochmal verlinkt. Der war am Anfang wahrscheinlich auch nochmal verlinkt. Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss! Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.